Wir sagen speichern und wir haben die gleiche Kamera dreimal mit drei unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar schauen wir uns heute nochmal das Thema Sicherheitskameras in Home Assistant etwas genauer an. Kameras hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, aber heute soll es mal speziell um Reolink Kameras gehen. An der Stelle kurz erwähnt, die Kameras für dieses Video sind mir von Reolink gesponsert worden. Ich bekomme also kein Geld dafür, ich habe keine Auflagen auf dieses Video bekommen, aber die Kameras wurden mir gesponsert dafür, dass ich dieses Video drehe. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür an Reolink. Zu den beiden Kameras, es sind beides WLAN Kameras, sie haben beide Bewegungserkennung, sie haben beide Zweiweg Audio, das heißt ihr könnt auch mit der Person vor der Kamera euch mit eurem Smartphone unterhalten. Die kleine Kamera hier oben, das ist die Reolink E1, die hat Pen und Tilt, das heißt ihr könnt sie drehen, ihr könnt sie hoch und runter schwenken. Und die RLC 511 WA, eins der neuesten Modelle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese Kamera unterstützt sogar Unterscheidung zwischen Personenerkennung und Fahrzeugerkennung oder allgemeinen Bewegungen. Und diese hat keinen Pen und Tilt, also die könnt ihr nicht schwenken. Dafür hat diese einen fünffach optischen Zoom on Board, auch sehr interessant. Die Funktionen schauen wir uns nachher natürlich nochmal alle Schritt für Schritt an. Das Unboxing habe ich ja extra, damit das Video hier nicht zu lang wird, schon im Stream live gemacht. Den blende ich euch hier oben in der Infobox auch nochmal ein. Für alle, die es nicht gesehen haben, da könnt ihr euch meine ersten Live-Tests mit diesen beiden Geräten auch gerne nochmal ansehen. Mir war wichtig, dass ich die Kameras so direkt lokal nutzen kann. Da wurde mir direkt gesagt, Solar funktioniert nicht und diverse Cloud-Kameras von denen funktionieren auch nicht. Da habe ich dann gesagt, okay, ich hätte gerne bitte zwei Kameras von euch, damit ich das Ganze auch so ein bisschen gegenüberstellen kann. Das werde ich kurz und knapp halten und zwar, die E1 funktioniert eigentlich nur mit der Reolink-internen App. Alles andere funktioniert nicht. Die liefert euch keinen RTS-Stream, die liefert euch keinen MJPEG-Stream über HTTP. Die könnt ihr also nur über die App selber verwenden. Die App haben wir uns aber ja im Stream schon angesehen, werde ich also nicht im Detail groß drauf eingehen. Was wir uns also in diesem Video näher ansehen werden, ist hier diese RLC 511 WA von Reolink. Die Kamera habe ich auch schon bei mir unten am Hauseingang montiert. Wie das aussagt, könnt ihr euch hier mal kurz ansehen. Wichtig bei der RLC 511 WA zu erwähnen ist noch, diese ist natürlich voll outdoor-tauglich, IP66. Die könnt ihr also in strömenden Regen hängen, gar kein Problem. Wäre natürlich sonst auch ziemlich doof, wenn ich die draußen vor der Tür montiert hätte. Das Schöne an dieser Kamera ist, die könnt ihr eben nicht nur über die App oder über die PC-Software nutzen, sondern ihr könnt die Kamera auch vollständig im Browser konfigurieren. Heißt, ihr braucht gar keine zusätzliche Anwendung. So, aber genug geredet. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was wir tun müssen, um diese Kamera in Home Assistant einzubinden. Was für Möglichkeiten wir denn da überhaupt haben, welche Unterschiede es dabei gibt. Also, wechseln wir mal runter ins Büro. Ja, hier sind wir jetzt auf der Webseite von Reolink. Ihr seht auch hier direkt Frühlingsangebote. Reolink hat generell ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Sicherheitskameras in sämtlichen Variationen für Indoor, für Outdoor, mit Solar, Power over Ethernet und, und, und. Und also, egal was ihr für Kriterien habt, ich denke mal, da wird für jeden wirklich was dabei sein. Ich scrolle jetzt hier gerade mal kurz durch. Hier seht ihr, die bieten zum Beispiel auch direkt so eine Recording Station an, dass ihr direkt eine zentrale Stelle habt, wo alle Kameras dran angebunden sind. Wer das Ganze nicht über Home Assistant oder MotionEye oder sonstige Lösungen machen möchte, sondern hier so eine Box sich irgendwo hinstellen will, der kann auch diesen NVR direkt über Reolink beziehen. Ich finde auch, die Seite ist ganz übersichtlich gestaltet. Wenn man hier oben auf Produkte geht, hat man danach hier die Möglichkeit, erstmal das Hauptkriterium auszuwählen, ob es eine kabellose Überwachungskamera sein soll, ob Power over Ethernet Überwachungskameras oder ein NVR gesucht wird. Dann haben wir hier nochmal WLAN-Überwachungskameras. Dann gibt es nochmal Power over Ethernet und WLAN-Überwachungssysteme. Da seht ihr, da gibt es dann direkt komplette Sets. Dann gibt es nochmal hier den Punkt einzelne Zusatzkameras. Ja, und natürlich Zubehör. Also, wie ihr seht, die sind schon ganz gut aufgestellt. Schaut einfach mal rein. Wir schauen uns jetzt mal speziell die RLC 511 WA an. Die Kamera hat 5 Megapixel. Die Kamera hat ein Spotlight, also hier unten 5 extrem helle weiße LEDs. Zeige ich euch nachher auch nochmal. Dann hat sie 4 Infrarot-LEDs, unterstützt 2,4 und 5 GHz WLAN, hat einen 5-fach optischen Zoom und 2-Weg-Audio. Gehen wir mal hier auf die Spezifikationen. Ja, hier seht ihr direkt mal die Abmaße des Geräts. Sie ist also mit 14 cm Länge plus den Fuß. Dann kommen wir sogar auf 24 cm. Relativ groß, aber es steckt nun mal ja auch relativ viel Technik da drin. Finde ich persönlich also nicht störend. Und der Abschreckungsaspekt ist dadurch natürlich auch gegeben, weil man kann sie halt auch eigentlich nicht übersehen. Wer aber lieber eine versteckte Kamera haben möchte, für den ist das wohl eher nichts. Schauen wir erstmal hier oben weiter. Hier seht ihr zwei Antennen. Die ganze Kamera kommt in einem Aluminium-Gehäuse. Also die Verarbeitungsqualität, die ist wirklich absolut top. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Hier seht ihr auch nochmal vier Infrarot-LEDs. Die sind hier jetzt gerade auf dem Bild eingeschaltet, dadurch gut zu erkennen. Und ich wurde im Stream ja schon gefragt. Ja, wie ihr hier auch erkennen könnt, die LEDs sieht man im Dunkeln. Ja, dann wie gesagt noch fünf Weißlicht-LEDs, absolut hell. In der Standardkonfiguration reagieren diese, wenn es dunkel ist, auf Bewegung. Das heißt, sobald sich einer ins Bild bewegt, wird hier dieser Strahler angeschmissen und ihr habt ein taghelles Bild. Heißt, ihr braucht auch keine zusätzliche Beleuchtung mehr, sondern die Kamera funktioniert direkt auch noch als Nachtlicht mit Bewegungsmelder. Hier seht ihr jetzt das Anschlusskabel von der Kamera, was hinten rauskommt. Ihr könnt also hier das Netzwerkkabel anschließen. Ihr habt hier einmal eine Reset-Taste und den Stromanschluss. Zu dem Netzwerkkabelanschluss wird auch noch ein wasserdichter Deckel mitgeliefert. Das heißt, hier führt ihr das Kabel durch, krimmt am anderen Ende den Stecker drauf, könnt ihn dann einstecken und diese Kabelverbindung wasserdicht verschließen. Natürlich bietet die Kamera auch lokale Speicherung des Videomaterials. Dafür hat sie auf der Rückseite hier einen Micro-SD-Karten-Slot. Hier werden SD-Karten bis 256 GB unterstützt, was für sage und schreibe 145 Stunden Videomaterial ausreichen würde. Ja, und hier könnt ihr nochmal sehen, wenn ihr hier die Schraube löst, habt ihr die Möglichkeit, die Kamera sowohl zu drehen als auch zu schwenken. Danach die Schraube einfach wieder festziehen und die Kamera ist absolut bombenfest in ihrer eingestellten Position justiert. Hier für alle dies interessiert nochmal ein paar technische Daten. Wovon ich auf jeden Fall absolut begeistert bin, ist die Infrarot-Nachtsicht und die farbige Nachtsicht. Besonders aber die Infrarot-Nachtsicht bis zu 30 Meter. Also diese Kamera liefert ein wirklich, wirklich gutes Bild bei Nacht. Ich muss gestehen, ich habe nicht viele Vergleiche, was das angeht, aber ich hätte nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet. Wo ich auch großen Wert drauf gelegt habe bei der Kamera, da sie an meiner Haustür montiert werden sollte, ist das Zwei-Wege-Audio, das ich also die Möglichkeit habe, vom Smartphone mit der Person vor der Haustür kommunizieren zu können. Ja, wie schon gesagt, an Schnittstellen. Wir haben natürlich den Stromeingang, wir haben den Netzwerkeingang, wir haben eingebaute Mikrofon- und Lautsprecher, die Reset-Taste und den SD-Kartenslot. Wenn wir jetzt nochmal hier auf den Überblick zurück wechseln, schauen wir hier nochmal eben kurz durch. Hier seht ihr nochmal Personen- und Autoerkennung, präzisere Alarme und, was mir wichtig war, keine Abo-Gebühren. Das heißt, sämtliche Funktionen erfolgen rein auf dem Gerät selbst. Ihr braucht keine Cloud für irgendwelche Personenerkennung oder ähnliches. Das passiert alles auf der Kamera selbst. Ihr könnt euch natürlich über die Reolink-App zum Beispiel informieren lassen. Diese braucht ihr auch, um die Kommunikation mit der Person vor der Haustür oder wo auch immer die Kamera hängt, ausführen zu können. Aber genug der Theorie. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Kamera mal in der Praxis an. Wie sieht das Ganze in der Software aus? Was haben wir für Einbindungsmöglichkeiten? Fangen wir mal an mit der Original Reolink-Software. Ja, hier seht ihr jetzt die Reolink-App. Das Bild kommt jetzt gerade von der Reolink E1. Das ist also die Indoor-Kamera, was ich ein bisschen schade finde. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht gefunden habe. Aber in dieser App finde ich keine Möglichkeit, diese Kamera in irgendeiner Form zu schwenken. Man kann hier aber zum Beispiel das Bild einmal in Vollbild machen. Mit dem Mausrad kann man auch noch reinzoomen. Und ja, ich muss sagen, von der Bildqualität bin ich eigentlich recht begeistert. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, zu sagen, wie viele Kameras möchte ich gleichzeitig jetzt hier gerade sehen. Wir können ja also sagen, ich möchte vier Kameras zum Beispiel gleichzeitig sehen. Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel 16. Je nachdem, wie viele Camps ihr hier eingerichtet habt. In meinem Fall sind es gerade nur zwei. Von daher reicht mir diese Ansicht vollkommen aus. Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Kamera kommt ihr auch direkt wieder ins Vollbild. Ihr könnt auch hier auf der linken Seite auswählen. Oder hier unten mit den Pfeilen zwischen den Kameras wechseln. Ich kann jetzt hier die Reolink E1 mal über das Handy schwenken. Dann seht ihr zumindest, dass das möglich ist. Könnt ihr euch mal bei mir hier im Hobbyraum ein bisschen umsehen. Das funktioniert auf jeden Fall tadellos. Aber wie gesagt, diese Funktionalität haben wir hier leider nur über die Reolink App. Also selbst die PC-Anwendung bietet dieses Schwenken leider schon nicht mehr. Wechseln wir aber jetzt mal direkt auf den Hauseingang. Um diese Kamera soll es ja heute gehen. Hier seht ihr jetzt also das Live-Bild der RLC 511 WA. Ja und hier sehen wir im unteren Bereich, hier haben wir schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Denn wir können hier zum Beispiel den Alarm aktivieren oder deaktivieren. Das ist eine recht laute Sirene in der Kamera über den Lautsprecher. Dann können wir hier die LED-Strahler, die weißen, ein- und ausschalten. Dann haben wir hier die Möglichkeit mit Clip das Videobild zuzuschneiden. Wenn wir also hier draufklicken, dann können wir hier mit dem Mausrad sagen, welchen Ausschnitt dieses Kamerabildes wir denn jetzt gerade betrachten möchten. Wir können natürlich auch weiterhin mit der Maus einfach über das Mausrad rein- und rauszoomen. So und dann haben wir hier auch die Pentel-Zoom-Funktion. In diesem Fall können wir aber ja nicht schwenken oder ähnliches, sondern wir können hier nur zoomen und den Fokus einstellen. Das können wir jetzt einfach mal machen. Wenn ich jetzt hier auf Plus klicke, seht ihr, die Kamera zoomt immer weiter rein. Da der Autofokus aktiv ist, können wir uns das mit dem Fokus hier sparen. Hier ist eh eine relativ kurze Distanz. Wenn ihr aber einen großen Raum oder auch ein freies Feld überwacht, dann macht es ja eventuell Sinn, den Fokus manchmal auch zu verschieben, weil man mal was in der weiteren Ferne erkennen möchte oder eventuell auch das, was näher an der Kamera dran liegt. Das könntet ihr dann hier über den Fokus entsprechend einstellen. Der Autofokus brauche immer einen kleinen Moment. Ich finde aber für eine Überwachungskamera vollkommen ausreichend. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit zu sprechen. Wenn wir das anklicken, erscheint hier dieses Icon. Und solange man diese Taste drückt, können wir unsere Stimme auf den Lautsprecher von der Kamera übertragen und somit demjenigen vor der Haustüre eine Nachricht übermitteln. Also uns live mit ihm unterhalten. Hier unten gibt es noch den Knopf Aufnahme. Das sehen wir auch hier oben an diesem Icon. Und wir haben auch die Möglichkeit, einen Schnappschuss, also ein Foto zu erstellen. Ja, ihr seht, diese Kamera bietet hier in der Anwendung schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Schauen wir jetzt mal in die Einstellungen, denn die meisten werden sich wahrscheinlich schon gefragt haben, was ist das hier für ein schwarzer Bereich? Ja, und der schwarze Bereich, der verdeckt hier eben die Straße. Denn öffentlichen Bereich darf ich nicht filmen. Und das liefert die Kamera von Haus aus, denn ihr habt hier zum Beispiel die Privatzonen-Einstellung. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, bis zu vier Kästchen zu ziehen und damit Bereiche im Kamerabild zu maskieren. Also hier einfach als schwarzen Block auszublenden. Ich kann hier zum Beispiel auch diesen Block löschen und könnte dafür jetzt zum Beispiel hier einen neuen Block ziehen. Breche das jetzt aber einfach mal wieder ab. Dann habt ihr hier natürlich auch noch wieder so Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Helligkeit oder den Kontrast oder die Farbsättigung. Also alles kameraspezifische Einstellungen, die könnt ihr hier auch nochmal einstellen. Also hier bietet diese Kamera schon sehr, sehr viel. Ja, aber dann schauen wir uns mal die weiteren Einstellungen an. Und zwar haben wir hier noch Stream. Da können wir die Auflösung vom Hauptstream, die Frameraten, Bitraten und so weiter einstellen. Und dann gibt es noch einen Substream, nennt sich das Ganze nachher. Also wir haben hier zwei unterschiedliche Streamarten. Einmal in der hohen Auflösung und einmal eine geringe Auflösung, die sich halt für eine Dauerüberwachung anbietet, wenn ich irgendwo ein Live-Bild einbinden möchte. Wenn ich aber hingegen dann etwas aufnehmen möchte, dann würde ich das eher in der vollen Auflösung tun. Und dafür diese beiden Streams. Dann habt ihr hier die Alarmeinstellungen. Ihr könnt verschiedene Überwachungszeiten eintragen und diese auf ihre Empfindlichkeit entsprechend unabhängig konfigurieren. Das heißt, zum Beispiel könnten wir hier sagen, von morgen 7 bis um 10 möchte ich bitte, dass hier jede, auch nur kleinste Bewegung signalisiert wird. Und zum Beispiel ab 10 Uhr bis 20 Uhr. Da ist mir das alles nicht so wichtig. Da schraube ich die Bewegungserkennung ein bisschen in der Sensivität runter. Und in allen anderen Zeiten hätte ich gerne das Ganze irgendwie durchschnittlich. Auch die Bewegungserkennung können wir genauer definieren. Hier seht ihr, erstellen sie eine Zone über den Bereich, wo keine Benachrichtigung stattfinden soll. So, und das heißt zum Beispiel hier die Sträucher. Die stören manchmal, wenn hier der Wind so richtig hergeht. Und dann kann ich diese zum Beispiel so maskieren. Und was ein bisschen doof ist, der schwarze Block hier geht nicht bis an den Rand. Also maskieren wir das hier auch mal noch mit. So, und das würde jetzt eben dafür sorgen, dass alles, was blau ist, keine Bewegungserkennung mehr auslösen würde. Also hier würden wir jetzt in diesem Bereich nicht mehr darüber alarmiert, wenn sich was bewegt. Sobald hier aber einer den Weg entlang kommt, kriegen wir das gemeldet. Dann gibt es den Punkt Audio und Licht. Hier können wir sagen, ob der Ton aufgenommen werden soll, wie sich das Infrarotlicht verhalten soll. In meinem Fall habe ich es jetzt auf Automate stehen, dass es nur in der Dunkelheit von alleine angeht. Das gleiche gilt auch für Spotlight. Auch das können wir einfach auf Intelligenz stellen. Also so, dass das Spotlight nur bei Erkennung von Personen oder Fahrzeugen sich automatisch einschaltet. Für das Spotlight könnt ihr auch die Helligkeit noch mal explizit hier angeben. Wie ihr seht, ich habe es schon ein bisschen runtergeschraubt, weil mir das ansonsten einfach viel zu hell war. Aber wie gesagt, bei mir hängt die Kamera hier auch quasi direkt über dem Eingang. Und ich wollte nicht, dass mir die Leute direkt hier rückwärts die Treppe runterfallen. Wenn man einen größeren Bereich ausleuchten möchte, wie hinterm Haus, den Garten, dann macht diese Lichtintensität natürlich auch wesentlich mehr Sinn. Für hier, für den Eingangsbereich, reicht es dicker aus. Dann könnt ihr hier noch die Überwachung explizit konfigurieren. Zum Beispiel, wie die Aufzeichnung arbeiten soll. Für die Aufzeichnung könnt ihr hier auch einen Zeitplan anlegen. Und ihr könnt im Zeitplan hinterlegen, ob der Alarm jede Bewegung melden soll. Nur Personen, nur Fahrzeuge oder irgendeine Kombination. Das gleiche gibt es auch noch mal für die E-Mail-Benachrichtigungen. Ihr könnt euch also von der Kamera aus direkt eine Benachrichtigung per Mail schicken lassen. Dann könnt ihr auch dafür sorgen, dass das Videomaterial bei Alarm direkt die Aufzeichnung auf einen FTP-Server abgelegt wird. Auch die Sirene könnt ihr noch mal einzeln einstellen und könnt hier sagen, wann diese überhaupt aktiviert werden soll. Und zu guter Letzt die Push-Benachrichtigungen über die App. Natürlich könnt ihr bei der Kamera auch euer Netzwerk selber konfigurieren. Hier oben seht ihr, könnt ihr das WLAN einstellen, bekommt hier auch noch mal die Netzwerkdaten angezeigt. Unter erweiterte Einstellungen gibt es auch noch mal diverse Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch die Port-Einstellungen. Heißt, hier könnt ihr auch sehen, auf welchem Port der Kamera welcher Dienst gerade läuft und könnt diese Ports auch entsprechend an eure Bedürfnisse anpassen. Der Bereich Speicherung ist für die Daten auf der SD-Karte. Ich habe bei mir keine SD-Karte installiert, da ich in meinem Fall eigentlich nur die Streams, wenn überhaupt, mitschneide. Insofern ist dieser Punkt bei mir nicht aktiv. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Systemeinstellungen, wie zum Beispiel das Benutzermanagement. Hier könnt ihr dann noch beliebig viele neue Benutzer hinzufügen. Datum und Uhrzeit könnt ihr natürlich noch einstellen, inklusive des Formates. Und dann gibt es noch den Punkt Wartung, über den ihr Konfigurationen laden könnt, exportieren könnt oder eben ein Firmware-Upgrade durchführen könnt. Ja, und alle Funktionen, die ihr jetzt in der Anwendung gesehen habt, die funktionieren bei der RLC 511 WA genauso auch im Browser. Ich melde mich dazu jetzt hier einfach mal an. Ihr seht hier oben die IP-Adresse meiner Kamera. So, und jetzt kann ich hier unten auswählen, Stream Type, Clear, Fluent oder Balanced. Clear ist die volle Auflösung, also der hochauflösende Stream. Fluent ist der Stream mit der geringen Auflösung und Balanced heißt, wir haben die geringe Auflösung so lange, bis er Bewegung erkennt und dann liefert er uns die hohe Auflösung. Ich bleibe jetzt mal auf Fluent. Das ganze System läuft damit etwas stabiler. Also, wie ihr jetzt hier seht, die Bildqualität ist jetzt hier nicht mehr so gut, wie die Kamera eigentlich das Bild liefert. Das heißt, wenn man sich die Aufnahmen hinterher anguckt, hat man natürlich trotzdem die volle Auflösung. Ja, wir haben hier also jetzt auch die Möglichkeit, dass wir das Bild einfach reinzoomen können. Der Fokus braucht dann wieder einen Moment, um sich zu justieren, aber wie eben schon gesehen, das funktioniert eigentlich relativ zügig. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Möglichkeit, dass wir die Beschriftungen im Kamerabild entsprechend umstellen können. So, jetzt haben wir zum Beispiel den Namen hier oben links stehen. Hier lässt sich nochmal die Beleuchtung einstellen und und und. Also, genau die gleiche Funktionalität. Das Einzige, was im Browser fehlt, außer ich habe es einfach nur nicht gefunden, das wäre die Zweiweg-Sprachkommunikation. Heißt, hierfür scheinen wir doch weiterhin die Anwendung zu benötigen. Oder eben die App auf dem Handy. Ja, kommen wir aber jetzt zur Integration der Kamera in Home Assistant. Wie schon erwähnt, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Fangen wir einfach mal an mit der Variante der Reolink-Dev-Integration. Dafür gibt es hier dieses Repository auf GitHub. Ich kopiere mir jetzt mal hier oben diese URL. Gehe dann mit diesem Link wieder nach Home Assistant. Und wechsle hier nach Hex, Integrationen und wähle hier oben den Punkt Benutzerdefinierte Repositoris. Ich weiß nicht, warum das hier bei mir so überlappt. Eigentlich stehen die Felder nebeneinander. Aber ich füge jetzt hier die URL ein und wähle als Kategorie Integration. Dann sage ich Hinzufügen. Das dauert einen kleinen Moment. Und dann seht ihr hier Reolink IP-Kamera. So, und damit ist das Repository hinzugefügt. Wir können den Dialog schließen. Und hier seht ihr schon neues Repositori Reolink IP-Kamera. Und wir können das Ganze hier installieren. Sollte das bei euch hier nicht auftauchen, könnt ihr immer noch hier unten auf Plus klicken. Und dann jetzt hier nach Reolink suchen. Dann findet ihr hier auch Reolink IP-Kamera. Und habt hier dann unten rechts die Möglichkeit, installiere dieses Repository in Hex. Das tun wir jetzt mal. Wählen also hier nochmal installieren. Und dann seht ihr, Reolink IP-Kamera wurde installiert. Ausstehender Neustart. Also starten wir jetzt unser System einmal neu. Wir gehen dafür auf Einstellungen, Serversteuerung. Prüfen einmal kurz die Konfiguration. Konfiguration ist in Ordnung. Also neu starten. So, HomeSistant ist neu gestartet. Und wenn wir jetzt hier in den Bereich Hex wechseln und auf Integration sehen, sehen wir, Reolink IP-Kamera ist aktiv. Also können wir jetzt unsere Reolink darüber anbinden. Wir gehen dazu auf Einstellungen, Integrationen, sagen jetzt hier unten Integration hinzufügen und suchen einmal die Reolink IP-Kamera. Wählen das Ganze hier aus und geben jetzt hier die IP-Adresse unserer Kamera ein. Das war in meinem Fall 192.168.5.117. Der Port 80 ist okay und dann müssen wir nur noch unseren Login angeben und bestätigen mit Absenden. Das bestätigt er uns dann. Die Konfiguration wurde erstellt. Den Namen holt er sich direkt von der Kamera. Wir ordnen diese einem Bereich zu, sagen fertig und das war's. Hier seht ihr jetzt die Integration Reolink IP-Kamera. Und wenn wir jetzt mal schauen, haben wir hier sieben Entitäten erhalten. Und zwar einmal die Kamera fürs Live-Bild. Dann haben wir hier fünf Switches. Und zwar wir können E-Mail-Benachrichtigungen, FTP-Benachrichtigungen ein- und ausschalten. Wir können die Infrarotlampen ein- und ausschalten und die Audio- und Videorecording-Funktionen können wir ebenfalls ein- und ausschalten. Dann liefert uns die Integration zusätzlich hier auch noch einen Bewegungssensor mit. Direkt nach der Installation sagt dieser Sensor erstmal noch, er sei nicht verfügbar. Der braucht einen Moment, um sich zu initialisieren. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Im Laufe der Installation sollte dieser Sensor dann gleich auch auftauchen. Wir gehen mal in die Übersicht, wechseln auf den Reiter Cam, sagen Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen eine Karte hinzu. Wie meistens bei den Kameras nutze ich hier Bildgloss, diesen Standard-Bild-Fad. Den lösche ich hier einfach mal raus, den brauchen wir hier nicht. Und wir sagen jetzt hier einfach mal Reolink-Dev-Integration. Und bei Kameraentität wählen wir mal unsere Kamera aus. Und dann seht ihr auch hier sofort die Vorschau unserer IP-Kamera. Dann können wir jetzt hier schon mal den Bewegungssensor suchen. Ich suche vielleicht geschickter nach Eingang. Genau, da ist unser Bewegungsmelder. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel noch die Infrarotlichter mit rein und das Recording. So, und dann sehen wir hier, hat er jetzt diesen Binary-Sensor und die beiden Switches hier am unteren Bildschirmrand platziert. Heißt, hier können wir zum Beispiel die Infrarotlampen ganz ausschalten. Und genauso würden wir hier sehen, wenn Bewegung erkannt wird oder eben nicht. Wir speichern das Ganze mal. So, und dann seht ihr jetzt hier das Vorschaubild. Dieses Bild wird alle 10 bis 20 Sekunden in etwa aktualisiert. Wenn ihr hier direkt das Live-Bild sehen möchtet, dann müsst ihr hier nochmal auf Bearbeiten und hier bei Kameraansicht Live auswählen. Ich persönlich würde aufgrund von Ressourcen davon abraten. Aber wer das gerne möchte, kann hier natürlich auch auf Live stellen. Und dann seht ihr jetzt im Hintergrund auch die Sträucher, wie sie sich live bewegen. Das wäre so die Variante Nummer 1, diese Kamera in Home Assistant einzubinden. Kommen wir als nächstes mal zu der Variante der manuellen Integration. Und dafür gehen wir mal hier in den File Editor. Wir befinden uns dann hier in der Configuration YAML. Und was hier ganz wichtig ist, dass ihr hier oben dieses Default-Config drinstehen habt. Wenn ihr das nicht drinstehen habt, nehmt am besten das. Das bindet so die meisten Standarddienste direkt ein. Unter anderem auch die Integration Stream. Ansonsten, wenn ihr die Default-Config nicht nutzen möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall hier den Eintrag Stream Doppelpunkt. Wenn ihr Default-Config drinstehen habt, braucht ihr den Eintrag Stream hier nicht. Ich gehe jetzt mal hier runter. Und ja, hier müssen wir jetzt unsere Kamera von Hand eintragen. Die Links zur Dokumentation findet ihr auch wie immer in der Videobeschreibung. Hier schreibt ihr auf jeden Fall erst einmal, wenn ihr da noch keinen Eintrag zu habt. Kamera Doppelpunkt und darunter einen Eintrag Plattform Doppelpunkt Generic. Dieser Eintrag braucht dann einen Namen. Sagen wir jetzt hier mal Hauseingang RTMP. Und dann brauchen wir einmal das Vorschaubild und die Stream-Quelle. Das Vorschaubild geben wir an mit still-image-url. Und die Streaming-Quelle geben wir an mit stream-source. Die beiden Pfade habe ich jetzt hier schon einmal vorbereitet. Die sind leider ein bisschen schwer zu finden. Da muss man sich so ein bisschen durchs Web suchen, um diese URLs zu finden. Das finde ich sehr schade, dass die Kamera die einem nicht irgendwie mal mitteilt. Das wäre auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt von meiner Seite an dieser Kamera. Diese Links hier, wer soll sich das ausdenken und wo soll ich das herkriegen? Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man diese Links direkt in der Kamera irgendwo in den Einstellungen findet. Aber dem ist leider nicht so. Ich verlinke euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung mal ein, zwei Seiten, wo ihr diese Links auf jeden Fall für eure Kamera euch raussuchen könnt. An der Stelle aber auch mal eben ganz kurz erklärt. Das Image, das bekommen wir hier über diese API-Abfrage, also HTTP, dann eure IP-Adresse von der Kamera. Das hier ist dann eigentlich alles ein fester String, den wir hier genauso benutzen müssen. Und hier hinten halt nochmal euer Benutzer und euer Passwort, um euch bei der Kamera anzumelden. Darüber bekommen wir auf jeden Fall das Standbild. Diese Adresse, die können wir also auch hier oben im Browser einfach aufrufen und bekommen das aktuelle Bild der Kamera auch in voller Auflösung. Und als Streamquelle nutzen wir hier das RTMP-Protokoll, gefolgt von der IP-Adresse unserer Kamera. Dann kommt wieder ein fester Text, den wir so übernehmen können. Und am Ende wieder Benutzer und Passwort. Was ihr hier noch anpassen könnt, wenn ihr das möchtet, ist hier, aus dem Sub könnt ihr auch Main machen, wenn ihr den Stream in voller Auflösung haben möchtet. Ich persönlich rate davon ab, zumindest wenn ihr auch nur, wie ich, einen PI 3 nutzt. Wie es bei einem Raspberry Pi 4 aussieht, kann ich nicht sagen. Aber der PI 3 ist, so wie das für mich aussieht, da schon ziemlich gefordert mit diesen Streams. Also ich rate auch davon ab, das Kamera-Live-Bild auf den Karten zu verwenden. Das aber nur am Rande erwähnt. So, damit ist der Eintrag auf jeden Fall fertig. Wir haben unser Vorschaubild definiert. Wir haben die Streamquelle definiert. Wir speichern jetzt das Ganze und starten Home Assistant nochmal eben neu. Konfiguration prüfen. Die ist okay, also neu starten. So, Home Assistant wurde neu gestartet. Hier unten kriegen wir es auch bestätigt. Also gehen wir jetzt wieder in die Übersicht, auf unseren Kamerareiter. Sagen hier nochmal Benutzeroberfläche bearbeiten. Fügen eine Karte hinzu. Suchen hier nochmal nach Glance. Wählen Bildglance. Das Vorschaubild schmeißen wir hier wieder raus. Und wählen jetzt hier Hauseingang RTMP. Das ist ja die Kamera, die wir gerade von Hand definiert haben. Also wir wählen jetzt einmal die neue. Nennen das Ganze jetzt mal Reolink RTMP manuell. Und sagen Speichern. So, wenn wir das Ganze hier zumachen, dann sehen wir jetzt hier, haben wir beide Karten. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann müssen wir einen kleinen Moment warten. Und da sehen wir auch schon, dass der PI da ein bisschen erstmal zu rechnen hat. So, und dann kommt hier auch unser Livestream. Hier sehen wir jetzt zwischendurch, muss er immer wieder nachladen. Und er hängt hier von der Zeit auch ein bisschen hinterher. Ich mache das mal ins Vollbild. Und dann sehen wir hier unten die Sekunden. Wenn ich jetzt mal noch die Uhr hier mit einblende, dann seht ihr, wir haben jetzt hier schon einen Zeitversatz von 7, 8, 9 Sekunden, je nachdem. Und in der Regel wird dieser Zeitversatz auch immer noch ein bisschen größer, meiner Erfahrung nach. Und ich schätze einfach mal, das liegt einfach an der etwas schwächeren Hardware vom Raspberry Pi 3. Denn wenn man sich das Live-Bild von der Kamera anguckt, das ist eigentlich absolut synchron und wirklich live. Aber für innerhalb der Haussteuerung reicht mir diese Übersicht hier vollkommen aus. Insofern hätten wir jetzt hiermit schon mal zwei Varianten der Integration. Kommen wir jetzt noch zu einer dritten Variante, denn die Reolink unterstützt auch ONVIF. Und wie das geht, schauen wir uns auch noch eben an. Wir gehen auf Einstellungen, Integrationen. Klicken hier unten auf Integration hinzufügen und suchen mal nach ON. Und dann sehen wir hier oben auch schon ONVIF. Das klicken wir an, bestätigen die Meldung einmal. Jetzt sucht er automatisch, findet in dem Fall keine Kamera. Ich sage jetzt hier mal als Name Reolink ONVIF. Und als Host geben wir jetzt hier die IP unserer Kamera wieder an. Und jetzt müssen wir hier noch den Port ändern, denn ONVIF läuft bei der Reolink nicht auf 5, sondern auf 8000. Dann sagen wir hier Absenden. Dann werden wir wieder nach unserem Login gefragt. Und geben wir an, sagen Absenden. So, er hat die Kamera erkannt. Dann wählen wir hier noch wieder einen Bereich aus, sagen Fertig. So, und hier sehen wir auch ein Gerät, zwei Entitäten. Wenn wir auf die zwei Entitäten gehen, dann sehen wir hier, der Substream ist nicht verfügbar. Ich weiß nicht warum, aber die Kamera lässt sich so auf jeden Fall genauso einbinden. Wir können wieder auf die Übersicht gehen, konfigurieren, Karte hinzufügen. Wir suchen wieder nach Glance. Das Bild schmeißen wir wieder raus. So, und jetzt sehen wir hier Mainstream und Substream. Der Substream scheint sich jetzt hier auch gefangen zu haben. Insofern wählen wir auch den Substream aus. Hier unten die Sensoren schmeißen wir raus und nennen das Ganze jetzt mal Reolink on VIV. Wir sagen Speichern. Und wir haben die gleiche Kamera dreimal mit drei unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten. Ja, das wären jetzt also erstmal drei Möglichkeiten, die Reolink-Kamera in Home Assistant einzubinden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Pentilt-Zoom-Funktion. Pentilt liefert uns die 511 WA zwar nicht, da sie ja fest verschraubt ist, aber sie hat ja einen fünffach optischen Zoom. Und auch den können wir natürlich aus Home Assistant heraus bedienen. Werfen wir dazu nochmal einen kurzen Blick in die Reolink-Dev-Integration. Und zwar bietet uns diese auch verschiedene Services. Und zwar können wir einmal die Sensivität der Bewegungserkennung hier einstellen. Wir können das Hintergrundlicht einstellen, den Tag-Nacht-Modus. Und was uns jetzt im Besonderen mal interessiert, ist Pentilt-Zoom-Control. Über diesen Dienst sind wir in der Lage, je nach Kamera eben Pentilt und Zoom anzusteuern. Das Einzige, was der Dienst als Parameter benötigt, ist auf jeden Fall die Entity-ID, ein Command. Und optional, je nach Command, haben wir noch die Parameter Preset und Speed. Was uns jetzt also interessiert, ist Zoom-Decrease und Zoom-Increase. Also reinzoomen und rauszoomen. Und was wir noch brauchen, ist das Command Stop. Denn wenn wir Zoom-Decrease zum Beispiel starten, also reinzoomen, dann läuft der Zoom so lange bis in den Anschlag, wenn wir nicht irgendwann zwischendurch Stop aufrufen. Schauen wir uns also noch einmal an, wie das im Home Assistant aussehen würde. Wechsel dafür hier nochmal in Benutzeroberfläche bearbeiten. Wähle die Karte aus und wechsel jetzt hier mal in den Code-Editor. Wir tragen jetzt hier also ein neues Entity ein, kopieren dafür jetzt einfach mal hier unsere Kamera-Entitäts-ID, legen direkt ein Icon fest, welches wir hier angezeigt bekommen wollen. Und dann nehmen wir ein Material Design Icon und zwar Magnify-Plus. Für dieses Icon, was wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen, müssen wir jetzt eine Aktion festlegen. Das machen wir mit Tab Action. Die Action soll sein Call Service, denn wir möchten ja einen Dienst aufrufen. Dann müssen wir eben mit Service mitteilen, welchen Dienst wir aufrufen möchten. Das können wir hier nochmal ablesen. Und zwar ist das reolink-dev.ptz-control. Diesen Dienst möchten wir nutzen. Also tragen wir den auch hier hinter Service ein. Jetzt müssen wir diesen Dienst hier noch mit seinen Parametern bestücken. Dazu schreiben wir jetzt hier erst einmal Service-Data, Doppelpunkt. Und dann benötigen wir jetzt hier als Data die Entity-ID und das Command. Fangen wir also an mit Entity-ID. Das ist wieder unsere Kamera. Und als Command hätten wir hier gerne Zoom-Inc, denn wir möchten hereinzoomen. Wir haben ja hier das Plus gewählt. Wir sagen einfach mal speichern und testen das Ganze. Ich klicke jetzt hier mal auf Plus. So, und jetzt sehen wir, tut sich hier erstmal nichts, denn wir haben hier die automatische Ansicht. So, jetzt hat diese sich aktualisiert und ihr seht, die Kamera hat hereingezoomt. Was wir jetzt brauchen, ist die gleiche Aktion nochmal zum Herauszoomen. Das heißt, ich kopiere jetzt einfach mal den ganzen Block. Aus dem Plus in der Lupe machen wir jetzt hier ein Minus. Und dann sehen wir schon, hereinzoomen und herauszoomen. Und aus dem Increase machen wir ein Decrease. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Wir klicken auf Speichern und sagen hier mal Minus. Warten einen kleinen Moment, bis sich das Bild aktualisiert. Jawohl, die Kamera hat wieder herausgezoomt. Wir sehen wieder das ganze Bild. So, und damit wir jetzt auch zwischendurch einfach mal stoppen können beim Zoomen, gehen wir nochmal auf Bearbeiten. Ich markiere mir nochmal den ersten Block. Füge den hier zwischen jetzt nochmal ein. Als Icon wählen wir jetzt hier einfach mal Stopp. Das ist hier dieses Quadrat. Dabei hätten wir gerne als Command das Command Stopp. Wir speichern wieder. Und jetzt testen wir das nochmal. Wir zoomen rein und drücken direkt wieder auf Stopp. Und jetzt dürfte er eigentlich nicht vollständig reingezoomt haben, genau, sondern nur ein Stück. Und wenn ich jetzt nochmal auf Plus klicke und nichts weiter tue, dann zoomt er jetzt wieder bis zum maximal fünffachen Zoom hinein. Alle verwendeten Codes findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf die weiteren Dienste gehe ich jetzt hier an der Stelle mal nicht weiter ein. Ich denke aber, das sollte für den Einstieg an der Stelle jetzt erstmal genügen. Das war es erstmal zum Thema IP-Kamera von Reolink in Home Assistant einbinden. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren. Oder noch besser, schaut direkt bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein. Findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Ja und ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Wenn euch die Kameras interessieren, schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich alles nochmal verlinkt. Wenn ihr euch die Kameras bestellen möchtet, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dafür meine Affiliate-Links nutzen würdet. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche. Ich würde aber eine kleine Provision bekommen, wodurch ihr, ohne mehr zu bezahlen, meine Arbeit hier aktiv unterstützen könntet. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Verabschiede mich hiermit und sag einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!